Warten Sie! Warten Sie! Warten Sie! Hallo! Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, da ist er! Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er! Wow! Alter, bist du behindert? Das ist hier vor... Was ist jetzt? Bist du tot? Nee. Ach, da hast du selber erschossen. Hallo, mein süßer Schnulliwitz. Mikrofon aktiviert. Oh Mann, okay. Okay, komm, lass weitermachen. Ey, wir trollen zu viel rum. Wir trollen viel zu viel rum. Hallo. Hii. Mikrofon mutiert. Hii. Wolltet du Äpfel kaufen? Ah. Ah, ja gerne. Ja, alter, red mal nicht so tuntig, Junge. Äpfel schon aus. Boah, hast du deine Stimme gelassen? Ähm, es sind doch keine Bitches hier, okay? Ich habe keine Bananen. Was? Hab mal die Fresse. Was? Wir sind im Osten, hier gibt's keine Bananen. Hallo, sie hat dich gefragt, ob's Bananen gibt. Jetzt antwortet ihr doch mal selber. Bananen. Ich will Bananen. Und du schrei nicht so rum. Bananen sind aus. Was ist denn das für ein Laden hier? Keine Äpfel, keine Bananen. Wir haben nichts mehr. Könnt ihr uns auch mal angucken, wenn sie mit uns sprechen? Das ist ja unverhört hier. Unerhört. Ja, aber ich stelle was mir. Ja, ob du behindert bist, frage ich dich. Ja, hier ist die Brust-Konsum dran. Könnt ihr mal was geschlossen heute? Mittwoch. Mittwoch. Was haben wir heute? Mittwoch. Eites Donnerstag, du Affe. Guck mal, ob du Ruhekolle ist, ist Donnerstag. Doch, was ist das, sag ich, da kommen sie im Zug. Stimmt überhaupt nicht. Ich hab vorhin ein Werbeplakat gelesen, da stand da, Donnerstag, 24 Stunden. Aber wenn zu ist, warum bist du denn da? Das sagt doch nicht mehr, gell? Ja, ich bin nicht da. Ich komm gleich da rein, du. Niemand ist hier. Ich will Ässe haben und Bananen. Ich will Ässe haben, keine Bananen. Komm, du meinst du? Nein. Bitte gehen sie. Nein. Bananen? Bitte gehen sie oder ich muss schießen. Bananen. Bananen? Wolle Bananen? Spiele, 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 Spiele. Nehmt das. Spiele! Really? Ja! Ander Mauer, ander. Ah, ander Mauer. Guten Tag, meine Freunde. Hallo, wollen wir denn kaufen Bananen? What the fuck? Ist da echt eine? Ja. Viele Bananen da. Finde ich viele Bananen da. Öppel leider aus, kommt rum zu, aber finde ich Bananen da. Bananen da. Bananen? Was machen wir mit dem? Ich habe Angst, dass er uns erschießt oder so. Ich sehe den nicht. Wo ist der? Ich werde beschossen. Alter, helft mir. Ich werde beschossen, so ein Wichser. Fuck, ich brauche Hilfe. Ich bin außen, ich bin außen, er ist außen im Wald. Der Hesslorn. Scheiße, ich habe keine Wrecks, Mann. Ich habe keine Wrecks. Geh rein, geh rein. Ich habe keine Wrecks. Verbinde dich. Lass reingehen, alle. Mach die Tür zu, mach die Tür zu schnell, schnell, schnell. Komm, 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 verbitt mich. Du dreckst, einer muss Tür überwachen. Komm, schnell! Ja, komm, ich mach. Mach zu, mach zu Tür, ich mach ihn. Nicht alle hier hinkommen. Geh weg, ich mach ihn, ich mach ihn. Geh an die Tür. Bewacht die Tür. Aber ordentlich, nicht davor stellen. Geh an, warte da. So ein hässlicher, es war so klar, Alter. Ich habe Fracture, ich glaube, mein Arm ist gebrochen. Ich blute immer noch. Nee. Okay. Hat jemand einen Stock? Nee, ne? Ähm. Okay, der... So, kein anderes bisschen. Der kommt rum. Oder? Ich bin oben. Sofort, Bananen rum, gibt's Dose. Bananen! Ist dich auch, Wichser, Junge. Bananen sind aus, Bananen sind aus. Ich hab den nicht gesehen. Ich dachte, der wäre näher hier dran. Ich kann keinen mehr treffen, Alter. Ich bin so am wackeln. Ich hab leider keinen Stock. Ich bin oben im Prisoner. Also, hat wieder gehört, komm uns hier rein, mein Herr. Komm uns hier rein, mein Herr. Bitte einen nach dem anderen, bitte nur einzeln eintreten. Bitte nur einzeln eintreten. Bitte nur einzeln eintreten. Ich fand das lustig. Ja, toll, Alter. Mich hat der angeschossen, der Wichser. Der mich gesehen hat. Bitte einzeln eintreten. Bitte einzeln eintreten. So ein Scheiß, ey. Wie wir machen das? Ohne Slamotte, wir haben einen von Diebstahl. Waffe, alle Sachen sind nicht erwünscht. Also, draußen seh ich keinen. Aber ich kann auch nicht alles einsehen. Ja, ich seh auch grad keinen aus. Ich weiß nicht, der weiß nicht, wo er ist. Der schon hier im Gelände ist oder so. Oh, Alter, ich bin so am wackeln. Ich hab mir voll die Arme gebrochen. Guck, wir sind zu dritt, der ist nur einer. Das werden wir doch nur hinkriegen. Also, auf jeden Fall was auch gemacht. Nein, der war hinten im Wald. Aber er war nicht so nah dran, wie ich dachte. Ich dachte, er ist an der Mauer und läuft entlang. Der war aber viel weiter hinten. Wie, weiter hinten Richtung Norden? Ja, Richtung Wald einfach. Wie viele Kunden sind hier? Wie viele Bananen soll ich bereitlegen? Er redet nicht mehr, Junge. Was ist das für ein Spaß? Wir reden mit dem. Also, du zumindest und dann schießt er irgendwie. Aber ich hab ihn auch gesucht. Ich hör's Debs. Der ist, äh, ja, der ist unter dem Fenster. Ich seh keinen. Nee, der ist total. Wie viele Kunden sind heute zu da? Der ist von der Tür, oder? Was, wer hat dir Spaß dir gesagt? Nein. Ne, ja. Deine Mutter ist ein kleiner Spasti, aber wer hat ein Spasti zu ihm gesagt? Keiner. Hä, keiner war das nicht. Schöpfen, wir sind ja nicht derlaubt, wir sind ja nicht derlaubt, wir sind ja nicht derlaubt, wir sind ja eine friedliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft. Alter, was ist mit der Alten? Welche Alten? Meine, Spielerin. Ja, wer macht denn die Typen hier auf den Tisch? Ah, ist ja gut. Ich war's. Das war nicht böse gemein. Ja, nee, ist das einfach alles gut. Als asoziale Arscher von der Alten, wir keine Bananen. Das war ein... Entfernen, wir entfernen. Und wollen wir den jetzt platt machen, oder was machen wir hier? Ey, das waren zwei mindestens. I think my arm is broken. Zwei? Mit dem Assi gelabert, das war jemand anderes. Echt? Ich glaub schon. Ey, der mit dem Banan, der redet ganz normal, da kommt so ein Assi daher. Der läuft, die laufen hier um, so Gebäude. Auf jeden Fall. Also, im Wald kann ich, was ich sehen kann, niemanden sehen. Nee, ich glaub, die sind hier schon auf dem Gelände, um hin und her laufen. Ich glaub auch. Tür! Ja? Vorbei gerade. Okay, Toni, ich bin bei dir. Der hinter, von rechts, glaube ich, bin mir nicht sicher. Soll ich nochmal aus dem Fenster hinten gucken? Nee, bleib hier bitte. Lehst du? Ich stehe, ja. Machst du das in person? Nee. Ja, ja, klar. Natürlich will ich ja sehen, bevor der mich erschießen kann. Erstmal sehen. Sag einfach Bescheid, wenn der reinkommt. Dann, dann gehe ich raus und schieße, okay? Okay, dann gucke ich nur. Ich hab jetzt, ich hab jetzt first first und ich hab schon alles hier. Ja, dann gucke ich nur. Okay. Ich sage, kommt und links oder rechts. Komm mich, wenn ich es so stelle? Nein. So, meine Freunde, wie regeln wir das jetzt? Wie regeln wir das jetzt? Ja, das ist rechts von uns. Geht's ja möglich, zweimal zu sein. Ja, auf jeden Fall. Der mit dem Bananen gelaufen ist normal und der andere ist so ein... Daher gelaufen ist. Ich will nicht sterben. Ihr auch nicht. Mein Arm ist gefahren. Ich hab nicht, ich bin jetzt schon gestorben. Reicht. Ich verliere viel zu viel Zeug, wenn ich sterbe. Aber andererseits waren sie auch fair, ja? Sie haben ja auch erstmal gerillt, um das zu schießen. Naja. Oder? Ja, schon. Ja, sie haben es Bananen, ja. Gut, ich hätte vielleicht nicht rausgehen sollen. Ich war ein bisschen bedrohlich. Aber auch keine Ahnung. Ich glaub auch, das war ein großes... Vielleicht sogar ein großes Missverständnis. Boah, Spasti hab ich ja nicht gesagt. Boah, das Spasti... Ich hätte gedacht, dass irgendjemand zu ihm Spasti gesagt hat, dass er sich deswegen angegriffen gefühlt hat. So klein, dass du bist. Furtst. Furtst. Aber treibt nicht. Soll ich mal irgendwie was ingame sagen und zu tun, weiß ich, weil ich keine Ahnung irgendwas, wo die vielleicht reinpushen oder irgendwas erzählen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Lass auslocken oder so. Soll ich das mal sagen? Ja. Ja, wer weiß, vielleicht sind die so doof. Na, kann doch sein. Ja, komm, lass auslocken, komm, lass auslocken, Flo. Komm. Okay, ich glaub mich aus, jetzt sofort, jetzt sofort, jetzt sofort, jetzt. Toni ist heute in Rage-Modus, ich merk schon hier. Und so, wenn jetzt einer kommt, konzentrier dich. Ich bin schon verletzt. Habt ihr nicht Morphiden oder so? Alles aufgebraucht. Ja, du hast hier wieder alles reingepfiffen, ey. Okay, tschüss. Psch, sag nix. Beschlau, beschlau, schlau, schlau. Lass mal Call of Duty spielen. Oder ne, Counter-Strike. Der Counter-Strike war nicht zu schlecht. Ja, ich weiß. Kann nämlich gar nicht schießen, eigentlich. Ich hab hier auch nur die Magnum. Ich hab hier auch nur die Magnum. Mit drei Schuss geladen. Mit drei Schuss geladen. Ich hab keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Ich hab dir ja gesagt, du sollst den Bananen-Simulator 2000 spielen. Wer hat dir ja auch Bananen mit dir reinkommen. Okay. Ich auch nicht. Ich glaub, die kommen auch bald. Von rechts. Like I told you. Die sind doch noch da, die haben uns angelogen. Verdammt. Pack die Bananen weg! Nein, wir wollen Bananen! Alter. Jetzt trauen sie sich langsam was. Siehst du, sie schießen vor allem? Ja, ich sehe nur die Einschüsse. Also, ich sehe sie nicht schießen, aber nach vorne hin gibt auch kein Fenster raus außer unten. Uns kann eigentlich nicht passieren, oder? Nö, eigentlich nicht. Einer läuft auch hier irgendwo rum. Gertet bin Ecke. Bananen sind lecker, bananen sind groß. Schieb ich sie mir in den Mund, fühle ich mich so stark. Lecker, lecker. Gar keine. Sehr ass. Türen sind geöffnet, das sind die Daumen, da 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 sind die Daumen. Soll ich nochmal hinten gucken? Ne, bleib bitte hier, ne, bleib bitte hier. Das soll außen alles? Das soll nicht besprochen werden. Das soll ich mal reden? und draußen haben oh ja du bist doch die Frau warum redest du nicht? ja warum redest du nicht? das wäre viel besser sag du bist ne heute jung von Not hast ne Banane zwischen den Beinen wow jetzt sind sie vorne rumgerannt einer ist nach links gelaufen jetzt schießt einer rein der ist rechts 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 der schießt immer mach keinen scheiß tony jetzt kommt er jetzt schießt er er schießt er schießt ja der macht 10 ich mach das gar nicht so schlecht ich schießt länger mal sinnlos oder? jetzt ist er sehe ich keinen mehr ich weiß nicht wo hier noch einer rumballert ich glaub der ist nach hinten gelaufen mein arm ist extreme pain alter die wackelt übelst krass jetzt wie soll ich denn da jemals einen treffen? der lädt nach! der lädt nach! naja es sind zwei alter ich bin jetzt übelst am wackeln ich krieg keinen getötet das wird immer schlimmer ja auch weil die jetzt wahrscheinlich geschossen haben ne rede dich rum was? ne kein scheiß warte ich werd mal eingegangen drehen warte mal red du mal aber ihr wollt's auch hören alter wo schlagen die kugeln ein jetzt ist er wieder rum gekommen jetzt ist er wieder weg immer noch rechte seite was ist das los? entspricht nein siehst du das wirft? wollen wir jetzt den moment wollen wir den moment nutzen und den rushen oder so? nein der eine redet jetzt aber ja es sind auch mehrere ja zwei oh alter hab ich ihn? nein kommen wir jetzt hier raus? hab ihr Bananen? ne er lebt noch er lebt noch bestimmt wenn Handel ausmachen wenn ich nicht so wackeln würde würde ich auch mal was trauen aber ach jetzt hat er jetzt piekt er jetzt ist er wieder weg ich bin doch ja Wilhelm Wilhelm komm raus wie viele Muni haben die dass die so viel rumballern ja hey rede mit mir geh nicht weg ich rieb auch mal ne ja ja der ist noch rechts ja ja bin ich der ist rechts wenn er das nächste mal nachlädt rennen wir raus rechts rum bloß nicht reagiert der andere nicht das sind mindestens zwei wenn ich sogar drei zwei wir rennen nicht raus wirklich nicht ich weiß wir sind ja einige von unseren Jungen laufen also wir haben ja nicht mal so schock aber ich möchte ja ein Deal machen weißt du ich bin ja hier die Kalimpfige ich habe meine Bananen gesucht ja du musst das aufklären Flo das war nicht böse im März von dir eigentlich wollte ich die nur verstehen weil ich die nicht richtig gehört hab nein eigentlich wollte ich irgendwie die annehmen und sagen hier wirft die Waffe weg Hände hoch wie sieht das aus wenn wir das auf dem Deal einigen? nein das machen die eh nicht ach machen wir auch nicht ist eh vorbei sagen wir es aus bis zum bitteren Ende wir sind so hinter mir weiß ich so gut doch nicht immer und als die so ein Ghosted ist alles gut glaub ich sie wollen keinen Deal ja ich möchte ja ein Deal ich kann mit denen immer noch reden siehst du dich aus? siehst du dich aus? alter jetzt gibt's kein Deal mehr kein Deal mehr wenn wenn sie sagt dass Frankie wirst du ja wird sich nicht nackst gemacht Junge ja dann kommst du dich zuerst raus ok ich komm mit erhobenen Händen ok ey die erschießen dich ist das dein Ernst? tu's nicht ok ok verkaufe ich deinen Körper stil mal die töten dich der ist nach rechts gerannt macht ihr das wirklich? macht ihr das wirklich? ja geht nicht du nicht sitzt hier der kann jetzt hier nicht weg stil mal wenn ich sterbe naja die ist doch scheiße verkaufe ich deinen Körper tu's nicht bleib mal einfach cool bleib mal cool ja und dann aber wenn deine Freunde rauskommen schießen sie auf dich ne? ja Asle ja Asle oh das war knapp hey kein Deal mehr sie haben auf mich geschossen jetzt gibt's Krieg das hätt's doch klappen können nein du verkaufst doch nicht deinen Körper für solche Dullis hier hallo das hätte voll klappen können was war denn der Plan? der Plan war raus zu gehen dann sind die abgelenkt ach die waren auch schon abgelenkt als sie mit dir geredet haben da wollte ich auch schon raus die rennen an ihm ja wieder rechts der andere ist jetzt auch rechts er hat wieder links da rennt grad nur hin und her sag mal wenn wieder ich halte mal drauf einfach ich muss dann noch mal nachladen ich bin voll am wackeln oh alter lass dich nur nicht den Kopf treffen naja die sehen das sofort ja ich stehe vielleicht mal aufhören weiß ich nicht jetzt hat er wieder gepickt jetzt ist er wieder weg der andere rennt die ganze Zeit nur im Kreis ja komm alter das wird doch so nix jungs hör warte mal ab hör warte mal ab fangen auch gleich an rumzurennen ey nicht aufstehen nicht aufstehen ich schieße einmal drauf in die Aufmache ja nicht aufstehen alter ist das schwierig wenn du jetzt aufmache schieße ich sofort ja ich auch schiehst du weiter links? rechts ja keine ahnung links zu gehen mach nichts übertreibs nicht die wissen ja wo dein Kopf hängt du schiehst rechts unten ich schieße links unten was? ok ich versuche es ich bin übel am wackeln nein das geht nicht da kann ich nicht schießen tun da kann ich nicht schießen naaa was jetzt? du bist irgendwie nach vorne gerutscht ok geht nicht nee du machst da vorne so viel rum da kann ich nicht versuchen zu schießen da schieße ich dich nur machs wieder so? na übertreibs nicht ich sag mal Scherz-Arm ist painful ey ich stell mich jetzt vor die Tür Junge Ja Flo, ich geh jetzt rechts vor die Tür! Ich geh jetzt rechts vor die Tür! Alter! Geh in die Zettel! Krieche ganz langsam hinter! Nein, warum schlepp ich keinen Stock mehr mit mir rum? Ich bin echt dumm! Die haben meine Jacke zerschossen, die Wichser! Ich bin weg Toni! Was? Nein! Warum? Na, weil ich mal hinten gucke! Aber wenn die Tür auf ist, muss die da herkommen! Unbedingt! Weil ich schau, wie gesagt, ich schau durchs... Durchs Visier durch! Oh, mein Rück! Ist die weg? Ach! Ist das der Trick? Weiter noch da! Na gut, Leute! Ich hab's nicht gemischt! Nee, haust da rein! Naja, komm! Bis dahin! Bis dahin! Haust da rein! Ciao! Guck mal, ob ich einen weg... Was haben Sie gesagt? Irgendwas mit bösen Tricks! Bisschen keine bösen Tricks, die irgendwas... Wie wir da... Sehen! Äh... Voll behindert, Mann! Bin weg! Ist die Tür auf? Nein! Wenn die Tür aufkommt, sag ich jetzt, dann kommst du bitte wieder vor! Ich bin schon da! Vor! Ja, Tür ist offen! Surprise, motherfuckers! Handgranate! Ich bin zurück, niggas! Hallo, hallo! Hallo! Komm, 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 komm! Bist du das? Ja, ich hab geschossen! Oh! Du hattest mich! Ich glaub ich hab mich echt getroffen! Echt? Weiß ich nicht! Hahaha! My loneliness is killing me! I must confess! Still believe! But when I'm with you, I lose my mind! Oh, er ist zu genau vor der Tür! Toni, du musst auch mal treffen! Nein! Ich hab auch nicht und ich hab nicht mehr viel Schuss! Mal sehen wir mehr Munition aus, Lady! Juhu! 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 Ein Glück hab ich meine AK mitgenommen! Oh Toni! Oh! 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 Oh, wir geht's gut! Oh! 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 Fuck! Ich weiß nicht ob ich ihn getroffen hab, ich glaub nicht! Müsst du mal nachladen, Flor! Mach. Bin am Start. Aber schnell. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ich weiß es nicht. Es wäre lustig, wenn er tot wäre. Achtung, du rimmst jetzt ja? Ich gucke. Ich würde euch ja helfen, aber ich kann halt nichts weiter machen, außer spoten. Ich bin ein bisschen grauer geworden. Ich habe keinen Salin. Ist gelogen, ich habe Salin. Mach meinen Arm wieder ganz. Ich habe keinen Morphin und keinen Stick. Ist okay. Tut mir leid. Alles cool. Komm mal rum, sind die jetzt ruhig. Ey, was ist los? Party, party? Ich sehe Disco, you see party? Ich sehe Disco, party, party. Haben wir die vielleicht doch getroffen? Fending. Warum sind die so ruhig auf einmal? Ach, ich habe auch meine kaputte Jacke noch. So ein Kack. Ich habe eine Fraktur, Junge. Das ist scheiße. Ich bin voll am Wackeln, die mich in den Augen geschossen haben. Mach nicht so einen Scheiß, endlich, dass ich wieder treffen. Sag mal, habe ich die jetzt getroffen einen, oder was ist los? Du musst sie immer fragen. Habe ich dich getroffen? Tats weh, es tut mir leid. Er antwortet nicht. Wir wollten das doch alles nicht. Das kann ich auch nicht so ungeduldig sein, nur raus rein und gucken. Ne, mach keinen Scheiß. Guck nicht zu viel. Was könnte sein? Wir haben schon noch nicht draufgehauen, das eine Mal. Ist das eine Tronis, oder was? Ja, aber einer lebt 100 Pro noch. Na ja, der eine, der hier rumballert, ballert auf einmal nicht mehr rum. Das ist auch der, der geredet hat, oder? Weiß ich nicht. Ne, ne, ich glaube, der eine ist der Böse, der schießt immer rein und der andere ist der, der Bananen rumgelabert hat. Okay. Aber wenn nicht immer der eine schießt noch, man hat der andere reden. Ich bin weg, Toni. Die Tür ist wieder zu, ja? Jetzt komm bitte wieder mal wieder an, Flo. Ja, ich bin wieder da. Wenn die Tür offen ist, muss die hier sein. Bin ich. Träten Sie ein, träten Sie ein. Ah, die wollen es doch unbedingt wissen, gell? Wenn mein Hals nicht so kratzen würde, scheiß Erkältung, ey. Ja, rennt einer rechts. Irgendeiner rennt rum. Rechts, rechts, rechts. Das ist ein Selbstglauber. Ja, er schießt wieder. Er will es wieder. Toni macht keinen Scheiß. Das ist ja einfach nur noch hier Lack, ey. Oh mein Gott. Was haben Sie gesagt? Ich verstehe Ihnen gar nicht mehr. Dass sie links neben euch sind. Ach. Das ist ja lauer. Wenn ihr einen nur ghostet, ne, rastisch aus. Ich bin ja oben. Also oben kann keiner rennen. Doch nicht. Aber du schaust raus, ja, Flo? Ja, ich seh das schon. Du siehst da rein ankommen. Einfach, ich freu einfach in Buchstaben. Ah, ich schrei einfach rum. Ah, ja. Wir werden hier nicht reinpushen. Nein, pssch. Sei ruhig. Weil die sehen uns eigentlich, nämlich nicht. Wir werden auch freundlich reinkommen. Nein. Naja, nee. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das noch freundlich sind. Alter, was ich mein. Sag nichts. Ich guck jetzt auch mal. Seid einfach ruhig. Hallo. Nix mehr sagen. Ja. Nix mehr sagen. Lass den einfach schießen. Schieß mal nicht zurück. Hallo. Ich glaub nicht, dass die denken, dass wir disconnected sind. Weil weh, du hast gerade noch geschossen. Ein einziger, Bambi, ist der. Der ist disconnected, das war's. Nach links ist einer gewohnt. Ich check mal nochmal, da sind die Räume. So eine Scheiß-Situation, ey. Aber wir mussten hier erst mal beinagieren, also wir mussten das mehr rein, oder? Ich hab mal anders machen wollen. Ja. So langsam, bist du ein Schläfernchen? Ja. Weil, weil ich die ganze Zeit mich hier nach rechts lehne, das ist übelst anstrengend. Ich auch. Und dann halte ich noch die Kamera und drehe mich rum. Ja, genau. Ich schwitze schon auf den Flügel. Wieder zu jetzt, die Tür? Nein, ich's offen. Dann was lädt nach. Einer ist wieder nach rechts. Und, wie sind sie da aus? Seid ihr Schüttern am Schützen, ihr kleinen Schweine? Was erzählt er? Ähm, schwitzen. Ob wir am Schützen sind? Keine Ahnung, was erlaubt. So eine Vollkunde. Äh, Jungs? Ich glaub, meine, sie hat sich gerade verabschiedet. Oh nein. Oh nein. Nee, warte, warte, geht, 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 geht. Alles gut. Wir haben Zeit, würd ich sagen. It is zwar schon Viertel Vier, aber hey. Wie sieht'n das aus, hier als zu kleines Schweineferkel. Doch. Kommt ihr raus, oder nicht? Das ist richtig gegeben. Schweineferkel. In oben in den Händen, dann dürft ihr vielleicht noch leben. Nö. Das ist knapp, ey. Oh, nur leid. Die denken, wo die killt. Bei denen, dass ich mich nicht killen. Diesen Pennern hier. Kleinen Penner. Ich bräuchte meine Antwort, die kleinen Ferkel. Alter, da müssen wir zusammenreißen. Antwort jetzt. Das ist meine Antwort. Hey. Ey, ihr verfickten Hacker. Mein, 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 die sieht's hier fern. Ey. Ey, ihr seid ver- wichste Hacker, Alter. Fickt euch. Ihr seid's allerletzte, ey. Ohne Mist. Was ist passiert? Ich bin rausgeflogen. Ey, ich bin tot. Ey, ihr seid so richtige Schlappschwänze. Mal ganz ehrlich, Alter. Könnt ihr das Spiel nicht ordentlich spielen? Ihr seid diese Hurensöhne, die dieses Spiel komplett kaputt machen. Ach, geht doch sterben, Alter. Begrabt dich, Junge. Was ist passiert? Der hat durch die Wand geschossen. Geh dich einfach begraben, Junge. Du bist einfach nur ehrenlos. Ich bin gleich wieder da. Ich bin rausgeflogen. Solche Muttis nicht. So ehrenlos, Alter. Ihr seid so erbärmlich und ehrenlos, ey. Ich bin normal, Kämpf. Da denkt man mal, hier, man hat mal einen normalen Kampf. Naja, egal. Also, so viel spielen muss man erstmal beweisen, durch die Wände zu schießen. Tja, genau. Da muss man erstmal gekämpft sein, ja, nicht? Das kam nicht jeder, du. Das musst du erstmal von dir behaupten. Das war ja traurig, Spaß. Ach, halt doch einfach dein Maul, Junge. Ich will überhaupt nicht wissen, was du für eine Scheiße laberst. Geh dich begraben. Verstehst du? Doch. Du bist einfach erbärmlich, Junge. Richtig erbärmlich bist du. Ja, weil ihr es einfach nicht drauf habt, Junge. Das interessiert mich den Scheiß. Oh ja. Na, freu dich doch deines Lebens. Oh nein, jetzt höre ich dich wieder. So ein Witz, Alter. Was machen wir denn jetzt? So was, ich finde so was so lächerlich, erbärmlich, elendig. Da könnte ich einfach nur den Leuten ins Gesicht kotzen. Ich verstehe es nicht. Wieso macht man denn so ein Spiel so kaputt, ey? Das sind diese Wichser, die das Spiel einfach nur kaputt machen. Das ist so lächerlich, ey. Nee, also, Brigitte, ich bin richtig entfeucht von dir, ne? Ey, das sind wirklich Hackern, ne? Wie lange willst du denn dann noch auskämpfen, Brigitte? Also, was ist denn? Ja, der erkennt meinen Namen. Die können Namen lesen. Brigitte, komm raus. Ach, halt deine Fresse und komm raus. Halt die Fresse und komm raus. Oder schieß nochmal durch die Wände. Na, mach doch, Alter. Du ehrenloses Mistvieh. Mit sowas wie dir muss ich mich doch gar nicht abgeben. Das ist nur... Halt deine Fresse. Schalalalalala. Komm, nee, 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 soll meine Fresse halten. Also, ich komm gleich rein, Junge, durch die Wand. In das Gesicht, Junge, in dein Gesicht. Ah, mein Gesicht, oh, was? Die sind so hässlich, gell? Was soll ich denn jetzt machen, Alter? Also, du kannst dich ja auch auflogen, das erlauben ich dir noch. Das geht aus drei Sekunden, du bist zu spät. So was behindertes, ey, da go, man, disconnect. He is a shooter, I know that he is a shooter. I hate those motherfuckers. Also, du kennst doch den Kollegen looten, ich erlaub's dir. Ach, halt doch deinen Maul. Halt deinen Maul. Als ob du mich den noch looten lassen würdest, wenn du eh schon so ein dummes Hackerschwein bist. Ein richtiger billiger Fuzzi, kaufst du im Internet irgendeine Rotz-Tools. Du bist einfach nur ein hässlicher Hackerschwein. Ja, danke. Geh dich begraben. Er ist so mit dem Ingame, oder? Ja. Oder, oh, was ist das denn jetzt? Oh, das ist... Oh, warum kann man die Namen nicht rauskriegen? Das ist scheiße einfach. Das ist der Nachteil wieder daran, dass man die nicht irgendwie sieht auf Entfernung. Irgendwas, dass man die melden kann, ey. Einfach solche Motherfucker, ey. Bist du noch hier dritt im Spiel? Ich bin rausgeflogen. Soll ich disconnecten? Ich hab keine Ahnung, was anderes bleibt mir doch eh nicht übrig. Ja, da brauchst du Hacker nicht, da sieht er auf die Scheiße. Ach, wenn du disconnectest, sieht er es doch. Meinst du? Ach, klar. Was soll ich hier, Wichser? Was geht's von dem Spiel? Ich muss jetzt auch mal hier... Lass dein Zimmer in dem Einer aufmachen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich hab da keinen Bock drauf, ey. So eine R***er. Dann f***t ihr noch immer eine Fliege rum. Das ist ein Fliege, ey. Das ist kein Öde hier, ne? Das ist ein richtiger, föser Hacker, ey. Das ist ein R***er. Ja, wunderschön. Freulich deines Lebens. Mühte mich mal, damit du nicht alles doppeltest. Halt du doch deine Fresse, Junge. Du bist doch hier das erbärmliche Mistvieh. Du gehst echt immer noch mit ihm hingehen? Ich hab gar nicht lieb vor den Tieren. Ich hab so oberen. Wie alt bist du denn bitte? Also ich hab drei Haare auf Offensack und stehen auf Schlange. Ich schätze mal, wie aus ich bin. Na geil. Zwölf wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich sieben. So dumm wie du bist. Wahrscheinlich ist jeder siebenjährige Schlau als du. Keine Ahnung, ey. Was da bei der Evolution schiefgelaufen ist mit dir. Ah, ich hab... Ja. Ich hab dein Bildchen an. Wo ist er denn? Ich will den umnageln, Alter. Ich raste aus. Ich renne da gleich einfach raus und... Geranimo... Soll ich einfach mal rausrennen? Ne, oder? Ist ja dumm. Was da bei der Evolution schiefgelaufen ist mit dir. Was da bei der Evolution schiefgelaufen ist mit dir? Ach, Quatsch. Ich bin so ein bisschen im Hintergrund hör' ich was, ja. Aber nicht dort. Also mich stört's grad nicht, weil ich nicht gerade nicht... Du, ich diskonnecte jetzt. Eben, ich lebe gleich noch oder nicht. Ansonsten... Was soll ich denn da machen? Es ist total sinnlos. Ich diskonnecte grad. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass deine Leiche so ein bisschen die Treppe blockiert und die nicht so leicht da hochkommen, wenn die das jetzt sehen. Ach, Quatsch. Ist mir einfach zu blöd. Ach, Quatsch. So was Behindertes, mal ehrlich jetzt. Soll ich diskonnecten jetzt eh gestreben auf den Server? Was ist denn das für ein Server? Es ist echt duft, dass man solche Leute nicht reporten kann. Ja, ich sehe ihn nicht mehr, weil die schon runter sagt. Le Mariane, Team Evo. Aber es geht doch theoretisch. Was denn? Das man bei den Admins anfragt und die sehen das noch, die haben noch Zugriff noch gefeiert. Wie kriege ich denn das jetzt heraus? Wie kann ich denn jetzt hier irgendwie den Server melden? Na, den Server nicht melden. Oder wie auch immer. Du musst mit den Leuten... Ähm... Wie komme ich mit denen in Verbindung? Keine Ahnung, gestern bei Game Tracker gemeldet. Kannst du, glaube ich, dem Hoster das Gehörte anschreiben, aber ich habe keinen Plan. Ey, solche Pistenelgen, mal ehrlich, Mann. Schießen nicht einfach durch die Wand. Ansonsten... Ich weiß nicht, stand da irgendwas von TS, als wir connected sind? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ist doch einfach alles zu umständlich. Solche Luschen, Alter. Ich dachte, die klären das jetzt ordentlich, gell? Ey. Will ich nicht wissen, was die noch für Hexan hatten. Ja, dann connecte ich jetzt nicht mehr auf den Server. Ne. Ich gehe jetzt mal auf den Lernen und gucke, ob ich noch lebe. Und dann mach ich, glaube ich, auch Fire on. Ja, das würde ich vielleicht auch gucken, ob ich rausgeschmissen wurde. Ich gehe mal... ich gehe mal auf... Auf keinen Server. Ja. Ich schäune jetzt einfach auf einen, wo nur einer drauf ist. Und dann mach ich um Fire on. Das lässt mir jetzt was arbeiten. Also schon halb vier. So ein blöder Müll, ey. Aber nur noch... Dieses Zulauf, ja. Wo du schön die... Die Namen auch drüber siehst dann. Die Spielernamen. Na klar. Ja, die sehen wahrscheinlich auf der ganzen Karte, wo jemand ist. Ja. Da gibt's doch so einen Hack, das hab ich schon mal gehört. Da siehst du irgendwie überall solche fucking Hackers. Gell, sag ich doch. Abärm dich einfach nur. Und dann sind das auch noch Deutsche, ey. Dann fragst du dich. Und jetzt bin ich tot, pass auf. Jawoll. Bin tot. Ernsthaft? Ja. Ja, toll. Dann bin ich wahrscheinlich auch tot. Ne, du hast bestimmt überlebt, weil du bist ja rausgeflogen. Wo ist der Vorstand rausgeflogen? Nein, ich bin auch ein Bambi. Ernsthaft? 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 Ja, ich bin ein Bambi. Der hab ich doch gar nicht erschossen. Ich bin da aber ein Freshspawn. Und ich bin auf unserem Server, was kein Public, äh, Private ist. Hä, aber du bist doch disconnected, all. Ich bin rausgeflogen, hatte diesen Speicherfehler. Genau.